Hallo meine Freunde, ich grüße euch recht herzlich, da bin ich wieder. Ja, ich habe noch den einen oder anderen Trailer rausgesucht für euch. Ich dachte, bevor ich jetzt morgen damit wieder anfange, haue ich noch zwei, drei Trailer für euch raus. Ja, Morbius habe ich jetzt hier, den zweiten Trailer. Ich glaube, den ersten habe ich noch gar nicht gesehen und weiß jetzt auch gar nicht so genau, wo ich die Figur hinstecken soll. Und wir schauen einfach mal uns das Ding an, würde ich sagen. Einen Moment, geht gleich los. Brauchen Sie einen Arzt? Ich bin Arzt. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Menschen auf der ganzen Welt leiden an meiner Krankheit. Ich bin hier, um ein Heilmittel zu finden. Wir müssen Grenzen überschreiten, Risiken eingehen. Wenn ihr abhauen wollt, dann jetzt. Hallo, weg hier! Dr. Michael Morbius, sie galten zwei Monate als vermisst. Dann fand man sie auf einem Containerschiff, das vor Long Island trieb. Was haben Sie mit sich gemacht, Doktor? Ich wünschte, ich wüsste das. Ich lag im Sterben und bin jetzt lebendiger denn je. Das hat funktioniert? Nicht wirklich. Ich besitze erhöhte Kraft und Geschwindigkeit und eine Art Fledermausradar. Wozu bin ich nachfähig? Es gibt Grenzen, die muss es geben. Da ist etwas in mir, das will jagen und verlangt nach Blut. Michael? Kannst du es kontrollieren? Ich weiß es nicht. Die Hälfte der Stadt will sie töten. So etwas Gutes hatten wir nicht mehr seit dieser Sache in San Francisco. Die andere Hälfte will sie kontrollieren. Hey, Dr. Mike! Wir beide sollten in Verbindung bleiben. Ich würde alles tun, um mein Leben zu retten. Aber ich weiß nicht, wozu ich fähig bin. Sie retten Leben, sie nehmen sie nicht. Bist du hier, um die Welt zu heilen? Oder um sie zu vernichten? Wer zum Teufel bist du, Mann? Ich bin Venom. Wann ein Scherz, ich bin Dr. Michael Morbius. Steht es zu Diensten. Ja, das war der Trailer. Morbius. Ja, ich bin Venom, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall das Universum, wie gesagt. Und Spidey gehört da ja auch mehr oder weniger rein. Venom. Dieser Morbius jetzt halt. Ja, würde ich sagen, Michael Keaton. Wissen wir ja. Ja, interessante Figur. Interessante Figur. Wie gesagt, also jetzt nichts für mich, wo ich ins Kino gehe. Aber auf jeden Fall gucken, klar. Definitiv. Wie gesagt, so. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann halt auch mal auf Venom trifft. Ja, wahrscheinlich, ne? Und auf Spidey und wie auch immer sich das dann zusammenstellt. Gucken wir mal, was da noch so kommt. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Morbius haltet. Von der Fledermaus. Und ja, alles klar. Der Batman halt im Marvel-Universum, würde ich mal so sagen, ne? Alles klar. Okay, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.